Hi Leute, es geht weiter, so wie es aussieht, noch eine ganze Weile, deswegen ein paar neue Worte. Ausfallschritt in die Kniebeuge. Bitte seid achtsam, seid vorsichtig, guckt, aber das packt, wenn nicht, stützt euch in irgendeiner Art und Weise ab. Das heißt, ihr macht einen Ausfallschritt nach vorne und jetzt zieht ihr das hintere Bein nach, geht in die Kniebeuge und kommt hoch. Dann wechselt. Ausfallschritt, nachziehen und hoch. Achtet auf eure Knie, achtet, dass ihr stabil steht bei der ganzen Geschichte. Je nach Tätigstive, ich sage mal so 10 bis 30 Durchgänge, dann durchatmet bei der ganzen Geschichte eine Minute und dann könnt ihr das wiederholen. Also wie gesagt, guckt nochmal hin, ihr geht in den Ausfallschritt, dass ihr hinten auftippt, bleibt unten, zieht das andere Bein nach, geht nochmal ganz kurz ein paar Zentimeter in die Kniebeuge und dann in die andere Richtung. Also hier runter, nachziehen und hoch. Okay? Sport frei, bleibt dran.